Wow, ja, wir brechen gerade mit Sherry Sherry Lady alle Rekorde. Mein schöner Song und dieser Megatyp, der Kappi, hat das wirklich so gerockt, den Song, ja. Wir sind Nummer 1 auf Spotify, brechen bei Spotify gerade alle Rekorde. Nummer 1 in iTunes und so weiter, überall, ja. Aber jetzt kommt es uns auf Spotify. Weltweit sind wir der 33 meistgespielteste Song, Leute, auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt, die Welt ist groß, da gibt es tausende von mega geilen Künstlern. Und wenn man da so auf 33 ist, da gucken wir doch mal, was in den nächsten Wochen noch passiert, ja. Vielleicht gehen wir in ganz komischen Ländern auf die 1. Das wäre doch mal ganz was Neues und was Schönes. Also vielen Dank an das ganze Kappi-Team. Natürlich am meisten ein Kappi-Kappi, du bist der Größte. Mein Song ist auch nicht schlecht. Das ergibt eine gute Symphonie der Harmonie der Fils. Alles Liebe, euer Dieter.